Du musst Emil hier unbedingt einladen. Das machen wir und natürlich bekommt er dafür auch ein Armband. Die Farben für ihn müssten natürlich in so einem Meerjungfrauen-Vibe sein. Daher habe ich hier so ein Türkis-Blau, Lila und Pastell-Gelb genommen. Schaut mal bitte, wie gut das zusammenpasst, oder? Und dann ging es auch schon an den wichtigsten Teil, und zwar die beiden Meerjungfrauen-Anhänger. Dazwischen kommt aber noch sein Name, und zwar diesmal in Lila. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich dieses R einfach nicht in Lila habe. Deswegen muss ich leider so ein R hier nehmen. Und dann kam auch schon die Schwanzflosse und noch ein paar weitere Steine. Leute, ich sage euch, das ist, glaube ich, das ästhetischste Armband, was ich bisher je gemacht habe. Ich finde Emil hier auf jeden Fall mega sympathisch und würde mich freuen, wenn er kommt. Das hier ist sein fertiges Armband, daher markiert ihn gerne. Emil, wenn du das hier siehst, du bist herzlich eingeladen.